Und damit ein herzliches Willkommen hier aus Monaco. Ich hasse diese Strecke, aber es ist natürlich beristischdrechtig. Deswegen landet sie auch in unserer dritten Season, in unserer F1-23-Mein-Team-Karriere mit Audi im Kalender. Ja, dennoch, wir müssen hier durch. Das ist eigentlich eine Ehre, dass man hier fahren darf, aber für mich ist es halt wirklich jede Season so schwierig. 27 Runden und ja, das wird heute nicht besser werden. Aber hier haben wir mal Monte Carlo, 3,3 Kilometer, 19 Kurven, die kürzeste Strecke im Kalender. Mit einer Sondergenehmigung wird noch hier nur 270 Kilometer Distanz im normalen Rennen gefahren. Eine DS-Zone, wobei die eigentlich eh nichts bringt, denn das viel Wichtigere ist, was jetzt folgt, das Qualifying. Wir starten hier aus der letzten Kurve raus, bekommen ein bisschen Pressure von hinten. Also unser erster Versuch, beziehungsweise unsere ersten drei Versuche, also ich habe drei Runden gleich mal in so eine Art Long Run Qualifying rausgeworfen. Und ja, die ersten zwei Runs haben nicht viel gebracht, das ist nur der zwölfte Platz. Ich hoffe natürlich, dass wir uns den noch ein bisschen verbessern können. Wo Lendo herumfährt, ich weiß es nicht, aber hier im ersten Sektor konnten wir vier CA, sind nur dreieinhalb Zehntel gewinnen. Das ist sehr gut, das ist wirklich sehr gut, dennoch kein Purple, das wundert mich wirklich. Und jetzt hier runter in den Tunnel rein, das ist natürlich jede Kurve hier geschichtsträchtig, aber natürlich im Ende sehr nah. Wir fahren mit Schaden auf Mittel Traktionskontrolle ein, sage ich euch immer gerne dazu, denn es ist eine Strecke, wo ich mir das ehrlich nicht zutraue, ohne Traktionskontrolle zu fahren. Jetzt geht es hier rein, so, ganz knapp hier an der Mauer vorbei und die Kurve schneiden, das ist ja wirklich eine Kunst, auch hier an der Schwimmbad Schikane. Da musst du richtig, richtig gut cutten und das schaffe ich auch hier, wunderbar gecuttet, ohne eine Verwarnung zu bekommen. Ihr letzter Kurve war krass, nur nicht den Noob Fehler, also beziehungsweise den Rookie Fehler machen. Ein bisschen viel Platz in der letzten Kurve gemacht, also rechts gelassen und da geht es durch Purple Mittel Sektor. Und jetzt gucken wir uns mal an, wo wir starten werden. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Bottas, der Wissenschaftler. Perez, Russell, Verstappen, Stroll, Gasly, Leclerc, Sergeant, Duhan. Pülkenberg, Joe, Magnussen, Zunoda, Albon, Liam Lawson, Ocon, Oscar Piastri, De Vries und Lando Norris startet aus der hintersten Reihe. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Für... Das ist natürlich sehr bitter, Lando nur vom letzten Platz, wir dann vom vierten, das hätte ich nicht erwartet. Valtteri McLaren vor uns und Hamilton und Sainz teilen sich da die erste Startreihe, wir kommen okay weg. Sainz und Welten besser weggekommen, Turn 1, oh mein Gott, Sainz geht da. Ah, Pérez, ach man, Bottas geht da an, Sainz vorbei, aber jetzt muss er wieder zurückstecken, weil Sainz hier einfach den besseren Exit hatte. Wir konnten uns hier eigentlich nicht verbessern, aber auch nicht verschlechtern, das ist natürlich das Gute dran. Wir behalten hier den vierten Platz und wenn ich den ins Ziel retten könnte, das wäre schon wirklich ein Traum. Das wäre echt ein Traum, auch by the way zum Wissen, gut zum Wissen ist, ich habe die K.I. auf 90 runtergedreht, vorher Standard auf 95, aber gerade Monaco, das ist mir einfach zu gefährlich und einfach zu schwierig. Ich bin von der K.I. her nicht so der stärkste Fahrer. Sainz mit dem weißen Reifen kann sich da vorne echt lang halten. Also schon die erste komplette Runde hat er das geschafft und ich muss auch versuchen, nicht den Anschluss zu verlieren an den beiden. Es wird mir aber wahrscheinlich auch nicht gelingen, das ganze Rennen irgendwie an denen dran zu bleiben. Vielleicht können wir irgendwas mit der Boxenstrategie machen, irgendwie früher in die Box reinkommen, länger fahren, hoffen, dass sie im Verkehr stecken bleiben, auf Safetyker hoffen, auf VSC. Also ich werde jetzt safe mal bis Runde 14, 15 draußen bleiben mit diesem Routensatz und wir werden dann mal schon fast wie die anderen so aktuell sind. Und ich glaube, das ist wirklich das Rennen, wo ich 100 Mal in den Neutralgang geschalten habe. Also wirklich so oft zu weit runtergeschalten. Ich bin so oft im Neutral heute drin. Also wirklich gerade so in diesen langsamen Kurven, Ende Sektor 1, also wo man den Hügel runterfährt. Und dann auch hier natürlich an der langsamsten Stelle. Da bin ich so oft wirklich zu oft beim Unterschalten. Und natürlich umso länger das Rennen wird, umso mehr nehmen die Fehler zu. Jetzt gucken wir uns mal an den Start an, der war echt gut. Gerade von Hamilton, der ist da 1er weggekommen. Mein Seins nicht so extrem gut. Wie gesagt, da war ich mal Bottas kurz vorbei. Mein Start war ehrlich gesagt auch grottig. Also da war auch Paris mal knapp vorbei. Hat das aber dann eigentlich gut. Da konnten wir uns wirklich auch Gott sei Dank vorne halten. Das war, ja, interessant. Jetzt sind wir in der 8er Runde und wie erwartet, wir konnten einfach diese Pace nicht halten. Valtteri einfach stark. Aber er kommt selbst mit dieser Pace nicht an den Carlos vorbei. Ich bin hier einfach gefühlt eine Schnecke. Obwohl ich eigentlich alles gebe und eigentlich auch nur Perez andrückt. Russell lässt er auch ein bisschen ziehen. Und gerade hinter Russell ist dann wirklich eine Lücke, wo immer wieder ein paar Autos sind. Und dann hinter dem einen Alpha da, da ist wirklich ein riesen Lock. Und jetzt sind auch die Ersten in der Box. Und wir werden noch ein bisschen durchhalten. Perez macht zwar Auge, aber er ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, boah, ich kann mich gar nicht irgendwie vorne halten. Also es ist nicht so. Es bleiben auch immer diese 5 Sekunden circa. Natürlich bauen jetzt auch unsere Refrapp. Und Sainz kann ordentlich davonziehen. Bruder, dann wäre schon geil irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass es das werden wird. Ich denke eher, dass uns die Hinterleute noch sehr gefährlich werden. Und, boah, ja, natürlich nach hinten hält. Ist immer viel Luft jetzt hier im Tunnel rein. Und ja, da sehen wir halt schon, wie nah Perez hier dran kommt. Besseres Reifenmanagement. Meine Reifen kühlen nicht mehr auf der Geraden ab. Ich muss hier wirklich pushen bis zum Limit. Und Halleluja, da waren wir knapp eine Mauer dran. Und ja, 6 Sekunden zu Bottas. Und da sind es nur die 4 Zehntel zu Perez. Auch Russell konnte jetzt abschließen. Der ist jetzt auch im Sekundenfenster. Und jetzt merke ich schon allmählich, die Reifen, die werden immer schlechter. Ich muss aber mindestens noch 4, 5 Runden durchhalten. Also Hälfte des Rennens sollte ich schon mit den Routen schaffen. Sonst gilt, glaube ich, diese Strategie ein bisschen als verkackt. Sonst muss ich auf die Weißelreifen gehen. Und das ist halt genau das, was ich nicht will. Auf diese scheiß weißen Reifen irgendwie gehen und dann noch, ja, keine Ahnung, darauf hoffen, dass sich das irgendwie verbessert oder so. Das funktioniert einfach nicht. Die Gelben sind halt einfach die beste Option. Sind aber von der Lebensdauer her nicht viel um zum Routenreifen. Bottas und auch Sainz waren noch nicht in der Box. Auch Hamilton vorne, der ist weit da vorne. Der ist weit weg. Und der hat da auch schon ein Riesenloch aufgerissen. Aber auch Bottas kann die Base nicht von Sainz halten. Und ich wiederum nicht die von Bottas. Ja, eigentlich ist es Monaco Standard. Ich bin zwar eigentlich viel langsamer als die hinter mir. Kann aber, oh, da titschen wir in dem Ohr dran. Kann aber durch meine, ja, durch meinen Vorteil hier, dass man kaum überholen kann, einfach hier profitieren. Jetzt sind die ersten beiden in der Box Hamilton und Bottas. Und Prinz Sainz macht den Overcut, bleibt länger draußen und hofft dann dadurch ein bisschen was zu gewinnen. 13. Runde. Ja, es ist okay. Ich glaube, wir sollten jetzt auch probieren, bald reinzukommen. Ach, das Tier ist auch kaputt. Der Flügel kaputt. Ach, Kacke. Wo habe ich mir denn den Schaden geholt? Und auch das Getriebe kaputt. Das reiht förmlich nach vieles Austausch nächstes Mal. Ja, das Getriebe ist natürlich nicht gut. Aber das ist ein kalkulierter Schaden. Denn ich wusste, ich mache das Getriebe heute hier kaputt, weil es sowieso, ich glaube, das war schon im 60er-Bereich. 68 oder so knapp 70. Und ich wusste, wir werden dieses Getriebe hier nach diesem Rennen nicht mehr im Leben halten können. Jetzt einmal 14 bis 19. Und die kommen alle schon jetzt hier in der 13. Renn. Das finde ich sehr interessant, aber wir werden auch gejagt von Russell, von Verstappen, aber auch von Hamilton. Denn der ist auch schon in dieser Kampfgruppe drinnen. Und da hat sich schon ein kleiner Zug gebildet. Da gehen wir jetzt endlich in die... Und jetzt geht es ab in die Box rein. Ich glaube, das haben wir uns auch verdient. Auch Carlos Sainz ist in der Box drin. Und wir werden nicht irgendwie hier das halten können. Mein Wunsch ist halt wirklich, dass wir vor Perez und auch vor George Russell rauskommen. Obwohl wir eine komplett andere Strategie fahren. Also Russell und ich, der Boxenstopp, war okay, da war meine Reaction-Time ein bisschen sehr spät. Und beim Rausfahren hier passiert mir eigentlich immer der gleiche Fehler. Genau hier, wo ja die höhere Gewalt von Red Bull Racing war. Ich komme einfach hier nicht um die Kurve. Gerade mit diesen frischen Reifern, da muss ich mir die Verwarnung mitnehmen. Also wie gelingt euch das? Habt ihr Tipps für mich? Schreibt es gerne in die Kommentare. Dennoch, ich weiß einfach nicht, wie das funktionieren soll. Mein Rückblick hier. Al Bon ist jetzt vor uns. Leclerc jetzt auf einmal ganz knapp hinter uns. Und auch Max Verstappen, der war jetzt auch in der Box drin. Wo war Leclerc? Ja, bitte. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber, der war hinter uns. Er muss ja hinter uns gewesen sein. Weil der Sands vor uns war. Die sind jetzt um Welten weg. Also, wenn ich mir das angucke, wo der herumcruisen, wo auch der Brotus ist, da werde ich nicht mehr hinkommen. Das sind jetzt da, ja, locker sage und schreibe so mindestens sieben bis zwölf Sekunden. Nein, das sind mehr als sieben Sekunden. Das sind so zehn, fünfzehn Sekunden. Das ist wirklich sehr, sehr beängstigend, wie schnell die da waren auf den Overcard. Ich hätte da vielleicht auch wirklich früher reinkommen sollen. Sehr, sehr knapp und ich liebe die Kurve. Da kann ich mir wirklich tagelang oder stundenlang angucken. Das ist wirklich sehr, sehr genial, wie knapp man hier an die Mauern drankommt. Runde 13 noch einmal, ebenfalls hier. Und da ist schon der Red Bull hinter uns. Ja, immer eigentlich. Es ist Peres. Der ist hinter uns. Keine Ahnung, wie lange der draußen geblieben ist. Wir müssen jetzt mal abwarten, bis dann sich das Ganze mit den Leuten, die noch nicht gestockt haben und auch mit den Leuten, die gelb drauf haben, bis sich das gelegt hat, müssen wir jetzt mal gucken, wo wir denn rauskommen. Das ist eine ganz interessante Sache jetzt. Albono hier jetzt vor uns. Aber ich denke mal, der wird jetzt eher in ein, zwei Runden die Fliege machen. Da werden wir auch nicht lang aufgehalten. Und so ist es. Er geht jetzt gleich in die Box. Das ist gut. Das ist sehr stark. Das wird hier nicht überholen müssen. Jetzt auch Pierre Gasly. Sehr coole Junior-Strategie von den Alpine-Jungs. Er hat vor Peres rausgekommen und da bleiben wir aktuell mal auf dem sechsten Platz. Aber wenn ich da vor mir hingucke, Guan Yu war noch nicht in der Box. Und ich denke mal, auch George Russell wird noch nicht in der Box gewesen sein. Denn wenn Peres da hinter mir rauskommt, dann Guan Yu erst recht. Zwölf Sekunden sind es zur Wald. Teresu tatsächlich haben wir da einiges am Boden verloren. Obwohl es waren ja, glaube ich, je so um die neun oder so. Also viel mehr haben wir da eh nicht verloren. Und jetzt geht es hier in den Tunnel rein. Ich werde auch gejagt von Doppelweltmeister und von Charles Leclerc. Von dem Herausforderer vom letzten Jahr vom Doppelweltmeister. Also Verstappen und Leclerc machen müssen wir da echt nicht einfach. Einfach macht es mir eigentlich die Strecke, weil es das Leot wirklich nicht erlaubt, hier richtig gute Wohlmanöver zu liefern. Aber natürlich bei einem geringen Fehler und einem Flügelschaden oder so. So wie es bei uns ist. Und wenn ich der noch ein bisschen gravierender wird, muss ich nochmal bitten. Und das wäre dann wirklich das Aus für mein Wunschrennen hier. Jetzt hier noch die letzte Kurve durch. Und hier gibt es wirklich die einzige Chance, wo mich auch Charles Leclerc theoretisch angreifen könnte. Jetzt auch Russell drin. Der fährt so lang mit dem gelten Satz. Und dann holt er sich für den zweiten Stint die weißen Reifen. Ich verstehe einfach nicht, was die KI los ist da wirklich. Wir holen uns hier die schnellste Rennrunde. Das ist wundernswert, dass ich die wirklich geschafft habe. Ich bin auch fast aus dem Sekundenfenster zu Charles Leclerc draußen gewesen. Und es sind hier wirklich, ja eigentlich nur noch 11 Sekunden. Aber natürlich wird es mit dem Podium nichts werden. Und ich bin dennoch froh, wenn ich wirklich diesen vierten Platz als Ziel bringe, wäre das schon ein Erfolgserlebnis. Wir sind hier in Runde 19. Es sind immer noch 8 Runden zu gehen mit dieser Gär. Und das wird nicht einfacher. Das wird echt mit Runde, Überrunde, Überrunde immer anstrengend, sich hier zu konzentrieren. Die Verschalter nehmen natürlich zu. Die Rutscher nehmen zu. Und da heißt es wirklich wach bleiben und konzentrieren. Nur keine unnötigen Fehler machen. Nur keine dummen irgendwie Fehler machen. Ja, wir können uns jetzt der Klär ein bisschen vom Hals halten. Das sind immer so um die 8 Zehntel. Bisschen eine Sekunde jetzt rutscht es auf 7 Zehntel runter. Aber wie gesagt, aktuell schaut es jetzt mal gut aus. Wir kommen da gut mit der Pace mit. Der im letzten Sektor hat uns wieder ein bisschen geroasted hier und nimmt uns hier die 3,4 Zehntel ab. Der Exit war gut. Wir sind jetzt hier in einem... Was ist das wirklich? Was soll ich euch sagen? Es ist Monaco und es ist schwierig hier zu fahren. Ich bin halt einfach kein Fan von dieser Strecke. Es ist halt wie gesagt Monaco. Es ist so schwierig. Und seid mir echt nicht böse. Aber auch wenn das Rennen natürlich cool war zu fahren, werde ich vermutlich Monaco mal nächste Season eine Pause gönnen. Wie 2021, Corona-Pandemie, werde ich hier Monaco eine Pause gönnen. Und wir werden eventuell mal anderen Strecken wieder ein Comeback verschaffen. Jetzt hier in den Tunnel durch. Aber wir können uns Leclerc vom Hals halten. Es sind wie gesagt immer diese 7 Zehntel, 7, 8 Zehntel. Ja, manchmal auch weniger. Aber manchmal auch mehr. Und das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Oh, da drüber. Aber ich habe auch Zeit verloren. Das ist dann... Glaube ich gleichzeitig das wieder ein bisschen raus. Durch den letzten Sektor. Gerade hier verliere ich wirklich die meiste Zeit. Und da war ich so spät. Ich traue mich dann meistens auch nicht richtig einlenken. Weil ich... Ah, mein Gott. Vorher noch gesagt, dass das ein Anfängerfehler ist. Und jetzt passiert es mir selbst. In Raskas bin ich an die Mauer. Aber da habe ich mich ein bisschen zu früh verschätzt. Es ist natürlich auch jetzt dieser Moment da. 21 Runden sind vergangen. Du bist halt so ein bisschen müde. Und da musst du jetzt halt wirklich durch. Und keine Fehler mehr machen. Das hat mich jetzt auch ein bisschen wachgerüttelt. Das war eine Verwarnung, by the way. Also ich will da jetzt auch ein bisschen, ähm... Wie sagt man so schön? Transparent sein. Und der Vordere, das war eh ich. Boah, da bin ich wirklich wieder nah an die Mauer dran gekommen. Ich weiß aber auch nicht, wo man schaut. Aber wenn man Flügel gelb sein soll. Also man merkt es beim Lenken kaum. Aber was da gelb dran ist, weiß ich jetzt nicht genau. Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Ja, da kommt der ein oder andere, äh... Wheelbang. Also da halt sagen wir mal Reifen... Knutscher mit der Mauer. Das ist aber jetzt auch nicht so gravierend. Auch hier Runde 20. Da war ich so unter Bedrängnis. Und dann dieser Fehler noch in Raskas. Also... Das war wirklich nicht gut von mir. Das war richtig, richtig knapp hier. Dass ich da nicht mein Rennen komplett zerstört habe. Runde 27. Und wir werden hier jetzt von der Doppel- oder der Pulp-Bauer gejagt. Es sind Max Verstappen, Serge Pérez und meine Zeiten gehen in den Keller. Es sind jetzt schon 23 Sekunden auf die Spitze. Es bedeutet natürlich auch für uns... Ich verstehe halt auch einfach nicht, wie ich so viel Zeit verlieren konnte. Also natürlich einerseits mal die kaputten Komponenten. Und dann mein Skill hier generell auf der Strecke. Aber auch... Ich muss echt sagen... Ja... Das ist für mich ein bisschen unrealistisch. Wir haben ja sogar noch die einrunden frischeren Reifen. Louis ist schon im Ziel. Das war schon beim Tunnel. Und jetzt gehen wir auch allmählich ins Ziel. Denn ich bin der Erste und vor allem auch der Nächste. Der hier reinfährt. Fast mit einer halben Minute Rückstand. Auf den Drittplatzierten. Und dann nehmen wir den vierten Platz mit. Es sind immerhin entspannte 16 Punkte, die wir hier... Ah, zwölf Punkte. Die wir hier mitnehmen können. Ja, mir ist nicht gegangen. Es war heute das Maximum. Max Bestappenfahrer des Tages geworden. Ich weiß nicht, wo der gestartet ist. Aber... Musst du heute anscheinend nicht mehr viel leisten, wenn du mit dem fünften Platz... Und dann ein bisschen dran mit dem Fünften reiteriert wird. some Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und wir fahren hier die schnellste Rennrunde und werden vierter. In der Weltmeisterschaft hamstern wir uns jetzt auf den dritten Platz vor. Wir konnten Leclerc hinter uns lassen, mussten aber Sainz ziehen lassen. Sprich aber, wir haben aufs große Ganze auf den Charles Leclerc zwei Punkte gut gemacht, haben aber auch sechs gegen Sainz verloren. Also, ja, ist jetzt nichts gewonnen, nichts verloren. Der WM-Führende ist noch reinholbar. Auch unser Teamkollege, ich meine, ich mache ihn da jetzt wirklich nicht irgendwie runter. Es ist Monaco, es ist schwierig zu fahren und wir haben 40.000 Schaden. Es ist wirklich in jeder Station ein Flügelschaden gewesen. Das war Rookie-haft von mir, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es Seitenkästen oder irgendwas kaputt geworden sind, wie ich da in Laros Kasten ein bisschen um die Mauer gedriftet bin. Für heute war es das nochmal. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Danke für Ihren Support. Schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links bei alle unten in der Bio. Und für heute war es das nochmal. Danke für Ihren Support, wirklich. Macht die 13k voll auf TikTok und abonniert auch gerne hier kostenlos den Channel, falls ihr es natürlich noch nicht habt. Und wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich auch unbedingt über ein Däumchen herum freuen. Im Moment ein paar Zulner werden wir von ganz hinten starten, das wird auch interessant werden. Also seid auch gerne dabei. Morgen übermorgen wieder hier. Ciao. Ciao.